Hallo Leute, heute zeige ich euch für Minecraft das Plugin Tony. So, Tony ist ein Plugin, in dem ihr Städte gründen könnt mit verschiedenen Währungssystemen. Wo halt verschiedene Städte sind, wo dann nur auch Leute, die in der Stadt sind, auch bauen können. Und da gibt es dann auch Nationen, die Nationen können dann halt noch, ich gehe, seit ich bekämpfe. Und, ja, dann mache ich es in verschiedene Tutorials. Hier, damit mache ich jetzt nur Tony Installation und Permissions. Und in-game folgt dann noch später halt. So, als erstes halt auf der Tony-Site im Bucket-Forum. Ähm, da bin ich jetzt gerade schon. Dann braucht ihr Tony, das bekommt ihr hier. Oder, ich habe es ja schon, da brauche ich es nicht. Dann braucht ihr unbedingt noch, zu empfehlen ist Iconyme 5. Da ist Grinner hierher. Ja, das Internet ist gerade langsam, weil ich was am Hochladen bin. Im Video. Ja, das hängt auch dran, weil ich es am Hochladen bin. Ja. Und dann hier kann man noch zum Protektor holen, aber... Geht auch so. So. Ja, dann tun wir einfach die Tony, wenn er es schon hat. In der Plugins-Ordnerin es hier. Der Server kurz starte. Warte. Na gut, da hat er jetzt bei mir noch Welt generieren. So. Jetzt hat er hier Tony schon installiert. World Guard World Detail. Das brauche ich noch, für später zu zeigen. Dann sieht man es besser hier. Es hat keine Fehlermeldung gegeben. Dann stoppen wir das Server mit... Immer stoppen können, wenn ich dann nur aufs Kreuz drücke. Dann ist weit die Konsole aus. Aber das Server läuft im Hintergrund immer noch weiter. So. Dann gehen wir nochmal in den Plugins-Ordner. Dann hat sich hier schon ein neuer Ordner namens Tony erstellt. Settings. Dann steht hier die Config und Englisch. Jetzt gehen wir mal in die Config. So, schließen wir mal alles auf das hier. Ja. Hier kann man dann noch ein paar Informationen über Tony sieht. Und was für Version. Dann hier ein paar Missions. Zeile 4. 84 und 85. Hier steht Town Create Only Admin Only. Also Nation Create Admin Only. Die Datei, wenn es so voll ist, steht, kann jeder eine Nation oder eine Stadt gründe, der die Permissions hat. Das wird hier immer auf Drohstellung. Oh Gott. To. Und hier noch. Ach, man quatscht. Hohe. Und hier. Ja. 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 Hier sieht man dann noch die verschiedenen Levels, die es gibt. So. National Level. Townie, Climate, Diffuse. Town Limits. So viele Städte können gemacht werden allerhöchstens. 3.000. Drei Stück vollkommen aus. Hier kann man noch in Schalter, ob PvP an oder außen soll. Das kann man auch in Game erinnern. Ob Monster spawner soll, kann man auch alles in Game verinnern. Hier kann man auch in Schalter, wie es mal sehen soll. Hier kann man dann, wenn man mehrer Welte benutzt. Hier ist ein Name von der Welt. Ähm. Ich weiß. Townie, Ako, ich weiß gerade nicht mehr, wie das ist. Bin mir auch nicht sicher. Hier sieht man dann noch die, ähm, Town-Name und die Farbe von da. Dann sieht man hier noch, was man ist. Ob man, ähm, Major ist oder so. Die Gruppe. Ähm. Ah ne, hier sieht man. Watva, ob man Major ist oder so. Dann hier sieht man der Spielername und nur noch so. Das läuft jetzt erst, du musst so. Chains, ja. Hier steht dann noch die Farbe vom King von der Nation. Farbe vom Major. Und vom Resident, also Spieler. Ja. Hm. Die Dor-Items, wo hier stehen, werden geblockt. Also die Kammer nicht platziere. Ja. Wachen wir mal. Ah, hier. Icon. Economy oder so. Economy, also Geld. Dann wo ist es? Warte, jetzt gucken. Hm. Ah, hier. Für eine neue Stadt zu gründen, muss man 250, ähm, Dollar oder was auch immer die Währung ist haben. Für neue Nation brauchen wir 1000. Und hier kann man noch instellen, ob acht neutrale Nationen gänzelt, die nicht am Krieg beteiligt können. Krieg Event. Und hier kann man einschalten, wenn Krieg beginnt, wie lang es dann wohl dauern soll, bis es beginn ist. Und dort, ähm, ja. Warte zum Permissions, ja, das war es dann. Speichern. Zu. Ähm. So, ah, jetzt kommen wir zu der Permissions. Ich bin Permissions-Ex benutzer. So, gehen wir auf Permissions. Plus. Jetzt haben wir hier noch. Die Link, äh, die Seite und ich auch noch verlinke. So, ja, so. Dann, hier die Permissions. Also, die Gäste können eigentlich so bleiben. So, dann kommen wir zu der Member. Ah, wo stehen sie? Ah, Tony Admin. Das kriegt auf jeden Fall nur die Admins. Mach es einfach mal so. Admins hier. Einfügen. Only Admin, okay. Kein Bulls. Ähm. Das. Da könne. So, kann der, wo die Permissions hat, überall bauern und zerstören alle Städte. Also, das würde ich da hübschens, da Moderatoren noch kennen. Mach mal so, da. Einfingst, äh, hier muss er ablen. Ähm. Das dürfte eigentlich schon trennen sein, oder? Ne. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Gut, mach mal das Neue. Das kann man eigentlich da Member so kennen, wie es so ist. Einfügen. Hier. Nation. Das finde ich sollte die Admin-Screen. Einfügen. Oh, jetzt kommt's zum Shit. General. General. Gran. Eilen. Kopieren. Member. Einfügen. Kopieren. Einfügen. Einfügen. Einfügen, dann hier, Chat-Mode. Das kriegen jetzt nur die Moderatoren. Also alles, was ab Moderatoren aufwärts ist, die können das auch noch. So, dann, ab hier, Admin, oh, komm, hat Admin-Scan. Chat-Local, Play, so richtig. Hm. Das kann man eigentlich da... Member-Grennen? Warte, Moment. Los, Allplayer, Use, Lokal, Chat-Chicken. Ja, kann man da Member auch noch gennen. Wollen wir jetzt hin, wieviel es Uhr grad ist. Ich bin noch Video am Hochladung hier in Ferien. Ja. Da, dann, darf der Neuesten, kann man da auch noch gennen. So, und Wildernis. Also, für eine Wildernis kann man den auch noch gennen. Hm. Da muss man nicht unbedingt drin machen. Ja, war... Egal. Ja, das wird's dann erst mal mit der Commands. Und... Und... Dann... halt... Server ganz normal starte. Guck mal, ob er Fehlermeldung kommt. Ne, kann kennen. Und da würde ich sagen, dann ziehen wir uns im Game. Bis dahin. Tschüss. Ich hab die Reise hier im Edelbezin. Noch ganz normal.